Eigentlich würde der Shooting Star auf Wochenebene, also auf Wochenbasis hier oben, ja durchaus beim DAX andeuten, dass wir jetzt nach unten gehen könnten. Tatsächlich ist dieses Signal sogar getriggert. Also wer sich ausschließlich auf diese Kerzenformation verlässt, der ist eigentlich hier schon short im Wochenchart beim DAX. Wahrscheinlich mit einer Zielhöhe irgendwie 38er Marke, 16.100, 15.800, irgendwie sowas in der Richtung, fände ich eigentlich super. Aber persönlich, ich handele nicht ausschließlich diese Signale. Ich möchte mal irgendwie noch eine Bestätigung haben durch irgendeinen anderen Ansatz, gerne natürlich Elliot-Wählenkonform. Und wenn wir uns das mal angucken, was wir hier an Bewegungen haben beim DAX, zum Beispiel, wenn wir mal runtergehen, hier so in den Intraday-Bereich, 15 Minuten, dann sehen wir, dass diese Abwärtsbewegung, die wir seit dem Hoch haben, so richtig toll mit Dynamik noch nicht aussieht. Denn wir sehen, dass wir hier entweder mit dieser Gegenbewegung und dieser hier eine Überschneidung haben. Das heißt, wir sind zwar abwärts unterwegs, aber mit überschneidenden Gegenbewegungen. Oder aber, nee, das ist das Tief hier schon, aber dann wäre das Ganze dreiwellig. Wobei sogar auch das hier im vorderen Bereich dreiwellig aussieht und das hier hinten. Vielleicht dann ein Double Zig Zag. Na gut, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber irgendwie sieht das, was wir hier als Abwärtsbewegung haben, immer noch dreiwellig aus. Wie kann das? Jetzt habe ich doch erzählt, dass es zum Jahresende durchaus realistisch ist, dass die Marktteilnehmer jetzt mal sagen, komm, wir schließen die Bücher, wir nehmen Gewinne mit, dann können wir schon den Bonus einstreichen. Denn der Bonus wird häufig oder in der Regel dann gezahlt, wenn man Gewinne realisiert hat. Und nicht, wenn man sagt, ja, guck mal hier, ich habe hier ganz viel möglichen Gewinn. Nee, dafür ist Realisierung eigentlich ganz praktisch. So, und jetzt kommt ein spannender Punkt. Was sagt uns das Ganze? Obwohl die Marktteilnehmer sagen könnten, hey, das Jahr war super, was wollen wir? Obwohl die Marktteilnehmer sagen könnten, hey, das Quartal war super, was wollen wir? Wir nehmen jetzt einfach mal Gewinne mit und freuen uns. Sie machen es nicht so richtig. Sie sind zurückhaltend. Und das kann eigentlich nur eins bedeuten, dass die Marktteilnehmer sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn ich aus den Weihnachtsferien wieder rauskomme, der Markt viel weiter geklettert ist und ich bin nicht mit dabei gewesen. Fear of missing out. Das scheint im Moment durchaus beim DAX gegeben, denn die Marktteilnehmer entwickeln überhaupt gar kein Interesse, hier massiv nach unten zu drücken. Wie kann man mit der Situation umgehen? Na gut, eine Idee wäre, dass man einfach sagt, naja gut, das ist halt ein Wendesignal. Wer hier noch nicht short gegangen ist, wartet einfach, bis wir diese Marke nochmal triggern. Viele von euch kennen das. Wir sagen dazu Late Entry. Das machen wir hin und wieder mal, wenn wir noch kein Argument hatten, zum Beispiel in den Markt zu gehen oder wenn wir zum Beispiel kein freies Kapital hatten, weil wir es anderweitig irgendwie belegt hatten. Dann kann es sein, dass ich sage, ja, tolle Idee, aber wir haben einfach keine Möglichkeit, jetzt das zu machen. Oder weil man es zu spät gesehen hat. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ich war gerade in anderen Märkten unterwegs, konnte mich nicht auf alle Hochzeiten hier konzentrieren und habe dann vielleicht den Entry verpasst. Nichtsdestotrotz, wenn dieser Markt hier nochmal dieses Zwischentief hier vom Elften, also von der letzten Woche das Tief nochmal durchstößt, wäre das abermals nochmal die Bestätigung dieses Short Signals. Also nicht eine erweiterte Bestätigung, so von wegen jetzt aber erst recht, aber naja, das wäre ein Einstiegsniveau. Also wer schon Short ist oder wer dann Short gehen möchte, hätte dann eben quasi oberhalb dieser Woche immerhin dann nochmal seine Stop Marke, mit der man dann eben arbeiten könnte. Zielrichtung wäre dann sicherlich über ein paar Wochen verteilt oder über einen einigen Zeitraum verteilt, wäre dann tatsächlich, dass wir irgendwie 16.000, 16.100, da haben wir ja hier einige Unterstützung auch noch, 38er Marke. Also das wäre eine Idee im Großen. Aktuell im Kleinen sehe ich das noch nicht so richtig. Also ich sehe zwar keinen Aufwärtsdruck, aber ich sehe ebenfalls keinen Abwärtsdruck. Im Zweifelsfall Füße still halten und sagen, orientiert euch halt erstmal. Also die Aufwärtsbewegung, die ich hier sehe, ist aber, also ebenfalls nicht wirklich eine attraktive, eine wirklich starke. Also insofern sind beide Seiten hier schwach, aber an einer Stelle, wo man durchaus ganz klar Schwäche erwarten könnte zum Jahresende, findet sie einfach nicht statt. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, nicht immer zum Jahresende gibt es dann Schwäche, aber nach so einem Anstieg mal eine Gewinnmitnahme zu machen, es wäre durchaus verdient, dass der Markt nach irgendwie solcher Bewegung jetzt irgendwann mal sagt, ja komm jetzt, lass uns da mal irgendwie zurücklaufen. Aber wie gesagt, der Markt macht es noch nicht und dementsprechend eigentlich ein Zeichen für Stärke. Ein Grund könnte dafür durchaus sein, dass der amerikanische Markt ebenfalls keine Schwäche zeigt und dass dann die DAXianer sozusagen sagen, naja gut, da müssen wir auch noch nicht hier mit massiven Druck raus. Denn der Dow Jones hat überhaupt gar kein Wendeanzeichen im Wochenchart, hat überhaupt gar kein Wendeanzeichen im Tageschart, hat auch noch keins im 4-Stunden-Chart. Und zumindest mal die letzte Bewegung für heute Nachmittag, wir können ruhig mal auf den 5-Minuten-Chart wechseln hier im Index-Update am Nachmittag, sind wir ruhig ein bisschen kürzer. Aber selbst da haben wir noch nicht wirklich was. Da sind wir eigentlich, wenn ich mir das so angucke, hier war mal irgendwie eine Pause, da war eine Pause, da war eine Pause, da. Aber diese Pausen sind alle irgendwie noch nicht mal überschneidend. Gut, da war auch noch mal so ein Pinnökel nach unten. Also, ich habe schon stärkere Bewegungen als die gesehen, aber auch schon deutlich schwächerere. Das heißt, wenn es hier jetzt wirklich noch schwächer als das, also das klingt jetzt ein bisschen nach Blasphemie, wieso ist das stark nach oben? Ja, aber wie gesagt, die Rücksetzer, das ist schon nicht ganz so ideal mit diesen kleinen Pinnökeln, die dann zwischendurch da immer wieder runtergehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn diese Seite dann noch schwächer ist, also ein bisschen flacher eben ist, ein bisschen ausgedehnter zwischen zwei Trendlinien, wenn das hier noch passiert, dann ist das ein klassisches spätes Long-Signal, um zu sagen, ein bisschen geht noch, komm, einmal geht noch. Dabei hätte der DAO das gar nicht nötig, denn der DAO hat alle seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben ein neues Allzeithoch, wir haben entsprechend eigentlich mehr als zu erwarten war, insbesondere nach dieser Schwäche hier. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte mal angedeutet, ich würde eigentlich lieber sehen, dass er nochmal hier runter geht, zumindest wäre das statistisch typischer gewesen. Aber offensichtlich hat ihm das gereicht, immerhin fünffällig und damit qualifiziert sich das Ganze hier immer noch nach einer Korrektiv runter, Korrektiv hoch, impulsiv nach unten als eine Seitwärtskorrektur. Und wir haben jetzt das, was wir da haben, so mehr oder weniger hier ebenfalls gesehen, also eigentlich einen ganz guten Grund, jetzt mal in die Pause zu gehen. Wir können das mal messen, einfach das müssen wir uns so ein bisschen optisch noch mal uns vor Augen halten, denn das so der erste Teil war, dass die Korrektur, hätten wir sogar noch ein bisschen Platz bis 39.000. Ob wir die dieses Jahr noch sehen, stelle ich allerdings in Frage, aber genau das könnte der Grund sein, warum der eine oder andere eben noch keine Gewinnmitnahme macht. Einfach weil man sagt, na kommen die 1.000, die hole ich mir jetzt auch noch, weil wenn ich aus dem Weihnachtsurlaub zurückkomme und dann ist der Kurs da vorne, dann habe ich das verpasst. Und das will ich dann auch eben entsprechend nicht, wäre zumindest mal denkbar. Wir können an der Stelle nochmal eine Extension dranlegen, mal gucken, wie das aussieht. Die liegt ziemlich passend, also auch nochmal ein doppeltes Argument, warum diese Marke, also der Bereich hier um die 39.000 vielleicht nochmal sehr interessant ist aus der Geschichte. Und dann legen wir nochmal eine Extension nochmal an, hier auf die dritte Welle und das ist jetzt ein bisschen eigenartig, wie ich die anlege. Bringt aber nichts, die Marken sind schon durchgelaufen, die ist ein bisschen höher liegend, also da müssen wir nicht Rücksicht drauf nehmen. Die war Elliot-konform, jetzt machen wir nochmal eine hier auf den einfachen Rücksetzer, die ist Fibonacci-konform. Der ist nicht mehr interessant, da sind wir schon. Da hätten wir jetzt eine direkt vor uns liegen, aber nicht passend zu dem, was wir da oben haben. Jetzt machen wir noch die letzte der Art, dann haben wir sie nämlich alle durch, quasi diesen Rücksetzer gemessen. Jetzt habe ich sogar noch die falsche Taste gedrückt, das geht nämlich auch ganz einfach. Müssen wir die hier drücken. Wenn ihr euch wundert, ich habe das alles als Hotkey, dann kann man... Na, jetzt mache ich aber auch nur noch Bock, müsst ihr das oder mal was andersrum. So, also höchster Punkt, tiefster Punkt, führt uns aber auch nicht irgendwo nochmal besser hin. Also ich sage mal so, 39.000 ist zumindest mal so diese 1 zu 1 Projektion. Das ist für viele so ein bisschen so eine Orientierungshilfe. Also ganz grob würde man, sagen wir mal so zwei Boxen, Box in der Box. Das ist das große Fenster, das da oben ist, das etwas kleinere Fenster. Das kann man natürlich ein bisschen kürzer machen, weil der wird ja noch ein bisschen brauchen, bis er da hinkommt. Aber irgendwie sowas in der Art, das könnte ich mir schon vorstellen. 39.000 oder eben mehr oder weniger ab sofort. Aber ab sofort gibt es im Moment eben noch keine Anzeichen. Und ein Grund dafür könnte sein, weil eine wichtige Hausaufgabe ist noch nicht erledigt. Und das ist die vom S&P 500. Der hat nämlich zwar im Future seinen Hoch schon gesehen, aber im Index noch nicht. Und das ist, wie ihr wisst, ja immer so ein wichtiges Indiz nochmal. Denn alle Aktienhändler, die gucken natürlich sehr stark auf den Index. Während die Indexhändler sozusagen natürlich sehr stark auf den Future gucken, weil der Index ist ja nicht handelbar. Man muss ja irgendwie ein Derivater darauf handeln. Und da ist insbesondere für die Instis natürlich der S&P das Maß aller Dinge. Also der S&P Future, Entschuldigung, das Maß aller Dinge. In dem Fall gucken wir hier auf den Märzkontrakt. So, die Box da vorne, das hatten wir ja schon vor ein, zwei, drei Tagen gesagt. Na gut, die ist es wohl nicht. Die deutlichere Marke, die haben wir jetzt erreicht. Aber eben der Index noch nicht ganz. Und dementsprechend die Chance, dass solange der Index noch nicht da oben ist, dass man jetzt sagt, jetzt wollen wir uns den Dreifach-Pott holen sozusagen. Jetzt holen wir uns nämlich sowohl neues Allzeithoch beim Nasdaq 100. Jawohl, das ist bereits erledigt. Beim Dow Jones, jawohl, das ist bereits erledigt. Ja, den DAX, der zählt für die Amerikaner sicherlich nicht so sehr. Aber jetzt eben noch für den S&P 500, das ist noch nicht ganz erledigt. Und dementsprechend eben noch Potenzial nach oben. Das ist ein Gedankengang. Das muss nicht so passieren. Das ist nur reine Fantasie. Ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber erklärt, warum wir im Wochenchart null Anzeichen für eine Wende haben. Im Tageschart null Anzeichen für eine Wende haben. Im 4-Stunden-Chart null Anzeichen für eine Wende haben. Und ihr erahnt es, im 5-Minuten-Chart sogar eine Anzeichen für nochmal Long haben. Warum das Ganze? Ich mache mal hier ein bisschen raus. Was haben wir denn hier aktuell? Wir haben hier einen Anstieg. Ziemlich hot sogar das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5 würde man sagen. Hier sind wir gerade in irgendeiner Korrekturbewegung. Gucken wir mal gerade. Naja, der Kurs kam zwar nicht von oben. Also der Punkt hier ist höher als das, was wir zuvor haben. Das lässt immer so ein bisschen vermuten. Vielleicht könnte es die letzte Welle sein. Aber das, was wir hier sehen, im Moment sieht sehr nach einer Korrektur aus. Wie ist denn die Größe dieser Korrektur? Ich muss mal wieder groß machen. Das wünscht ihr euch immer. Weil viele von euch gucken das auf kleinen Geräten. Das ist ein bisschen unfair, wenn ich das immer auf dem kleinen Ausschnitt nur mache. So, tiefster Punkt, höchster Punkt gemessen. Wenn ich mir was wünschen darf, würde ich eigentlich gerne sehen, dass er da irgendwie hinkommt. Zumindest in der Nähe der 3820er. Das ist 4820, also 4820 ungefähr. Das wäre die Oberseite. Wenn er jetzt 21 geht, ja gut, auch gut. Also ihr seht, aber irgendwie dahin, das wäre schon ganz schick, wenn er das noch machen könnte. Und wenn er heute irgendwie in seinem Korrektivverhalten, in dem er da gerade unterwegs ist, dann hätten wir einen relativ klaren, impulsähnlichen Anstieg. Und wir hätten einen relativ klaren, korrektiven Rücksetzer. Und wenn der Kurs entweder dann hier einen Wendeanzeiger macht, vielleicht im 5-Minuten-Chart, vielleicht besser im 15-Minuten-Chart, Halbstunden-Chart, Stunden-Chart, irgendwie hier irgendwie eine Wendeanzeiger macht oder alternativ dann hier über dem letzten Zwischenhoch, dann wäre das ein Logen für, komm, ein bisschen geht da noch was. Also ihr seht, es gibt keine Anzeichen, obwohl ich seit Jahr und Tag, so lange noch nicht, aber seit einiger Zeit sage ich einen Rücksetzer, aber so verdient. Und jetzt kommt noch das mit dem Bücherschließen dazu am Jahresende, Urlaub, Gewinnmitnahme, Absicherung, alle solche Aspekte. Aber die Marktteilnehmer machen es nicht. Das bedeutet, dass sie eben eine Menge Power im Markt noch sehen und vor allen Dingen mehr Angst haben, was zu verpassen. Und dementsprechend kein Short-Signal aktuell. Erst wenn der Markt scharf runter geht, und da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, das war ungefähr das, was wir hier hatten. Da wollte ich schon sagen, scharf runter, ja. Und dann Korrektiv hoch. Und das muss ich sagen, das ist es hier so, wie man hier den Eindruck hat, offensichtlich aktuell nicht gewesen. Denn wir sind ja steil hochgegangen und gehen jetzt als Antwort wieder Korrektiv runter. Damit ist die Short-Überlegung, die man haben konnte, auch ganz berechtigt hier haben konnte, aber nicht eingetreten, weil der Kurs eben genau dieses Verhaltensmuster hier nicht gezeigt hat. Ihr seht, der Chart gibt uns immer so eine gewisse Indikation. Nicht die Vorhersage, das muss ich immer wieder betonen, weil viele ja mal reinschneiden hier in die Videos und sagen, Mensch, hier, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du mit den Charts die Zukunft lesen kannst. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht bescheuert. Das wird manch einer vielleicht jetzt anders sehen. Aber nein, natürlich kann mir der Chart nicht sagen, was in der Zukunft passieren wird. Aber der Chart gibt mir die entsprechenden Entscheidungsmarken, ab wann ich mich eher auf die eine oder auf die andere Seite begebe und die Entscheidungsmarken, wie ich mit meinen Stops und meinen Einstiegen und mit meinen Targets umgehen kann. Das ist die Fähigkeit der Charts. Nicht die Zukunftsvorhersage, sondern die Gestaltungsmöglichkeit, die sich daraus ableitet. Aus dem Verhalten der anderen Marktteilnehmer und das Verhalten der anderen Marktteilnehmer könnte ich abfragen, indem ich eine Telefonumfrage bei repräsentativ vielen Händlern mache. Oder ich gucke einfach alle Händler an, die es gibt auf der Welt und gucke mir die Aktion an. Und das ist das, was wir im Chart sehen. Also insofern ist die Betrachtung des Charts nichts anderes als eine Meinungsumfrage. Und zwar nicht, ja, da müsste man, sondern eine ganz klare Ansage mit, nee, da haben wir. Viel hochwertiger als, ja. Ja, also man hat hier einen tatsächlichen Ist-Zustand und nicht ein Man-müsste-mal-Zustand. Der Nasdaq zum Abschluss, ebenfalls noch kein negatives Zeichen auf Wochenbasis. Der hat, der Nasdaq 100, hier der Future, den wir als Instys natürlich gerne angucken, aber der Nasdaq 100 Index hat auch schon seine Hausaufgabe gemacht, sein Hoch hier überschritten. Also das sieht dann so ähnlich aus wie hier jetzt. Insofern wäre das ebenfalls schon ausreichend. Tagesebene, mal gucken, vielleicht trocknet die Bewegung so ein bisschen aus, aber alleine sollte man sich nicht verlassen. Wir hatten hier eine rote Kerze, so ein Dodgy-mäßig. Naja, da würde ich jetzt noch nicht mich drauf verlassen, dass das dann jetzt den Markt wirklich dreht. Es ist eine Chance, aber wenn, dann müsste es getriggert werden, sollte intern vielleicht auch nochmal so aussehen und das tut es hier nicht. Der stärkste Indiz droht beim Nasdaq im 4-Stunden-Chart. Das sehen wir hier in diesem möglichen Shootings da. Aber sind wir ganz ehrlich, der ist ja noch nicht mal zur Hälfte durch. Das heißt, wie diese Kerze in zweieinhalb Stunden aussieht, wissen wir jetzt noch nicht. Die kann am Ende so aussehen, die kann am Ende so aussehen, die könnte noch viel länger oder sonst irgendwie aussehen. Also bitte jetzt nicht sagen, ah, guck mal, das sieht doch schon so aus. Ja, das stimmt. Aber wenn ich einen Hausbau angucke, nachdem der erste Mauerstein gelegt ist und dann sage, ja, aber das wird doch bestimmt. Nein, da kann man noch keine Aussage fällen. Wartet, bis das hier fertig ist, bis alle vier Bricks sozusagen da sind. Dann ist diese Kerze fertig oder man kann es anders machen. Sobald die nächste Kerze angefangen hat, wissen wir, wie die tatsächlich aussieht und könnten dann gegebenenfalls das als ein Short-Signal werten. Noch ist es zu früh, um das entsprechend zu nehmen. Auch wenn es jetzt schon ganz toll aussieht, da könnte ich doch schon. Nein, eben nicht. Das würde sich auch gar nicht decken mit dem, was wir im 5-Minuten-Chart sehen, denn da sehen wir relativ starke Aufwärtsbewegung, wackelige Abwärtsbewegung, grundsätzlich ein ähnliches Prinzip. Und wer jetzt hier mal auf die Schnelle, so eine Schnelleinschätzung haben möchte, der könnte zumindest mal sagen, okay, das letzte Zwischenhoch ist hier. Mit dieser Geschichte, da kann man glücklich sein oder nicht, das finde ich nicht so schön. Ja, wenn ich den Marktanfang angucke, hier hat der Markt angefangen 15,30 und nur das, dann haben wir tatsächlich korrektiv das gesehen, was wir brauchen. Also wir sehen jetzt hier quasi eine Live-Situation, wie für mich ein ordentlicher Trade aussieht. Das ist ja europäischer Vormittagshandel, also da sind die Amerikaner noch nicht mit dabei. Ist ja auch noch nicht so richtig viel passiert. Naja, unter Umständen muss man das eben auch noch mit reinrechnen, denn faktisch war der Kurs da. Das verändert aber jetzt dieses Rücksetzer-Niveau und damit meine blaue Box auch nicht dramatisch. Es weitet sich so ein klein bisschen aus. Aber das ist korrektiver als der Anstieg und dementsprechend bin ich auf der Suche nach einem Long-Einstieg. So und wo? Na, entweder kriege ich hier jetzt irgendwas, was umkehrmäßig aussieht oder eben ein Zwischenhoch, was gerissen wird. Und eins, was ich hier sehe, ist, ich weiß, dass einige Schwierigkeiten haben mit den Kursen, weil einige natürlich nicht den Future-Markt direkt handeln. Der Future ist bei 17.055. Aber ihr könnt auch gucken auf das Zwischenhoch um 17.20 Uhr. Da war ein Zwischenhoch, das aus meiner Sicht durchaus geeignet ist für einen Long-Einstieg. Nicht mit der Garantie, dass der Markt dann 100% sicher Kilometer weit nach oben steigt. Aber mit der Aussage, die schwächere Richtung hätte dann eine Regel durchstoßen, nämlich hochs, fallende Tiefs ist ja eine Abwärtsbewegung. Wenn wir da durchgehen, haben wir nicht fallende Hochs mehr, sondern wieder steigende Hochs, ein mögliches Ende der Abwärtsbewegung und Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Also das ist die Argumentation, die dahinter steckt. Trend im Großen, Trend hier im Kleinen. Also insofern hätten wir eine realistische Chance hier eben auf einen Long-Einstieg, wenn er da durchgeht. Das ist nicht zwingend eine Empfehlung. Mein Lieblings-Trade ist es nicht. Wenn es ein Lieblings-Trade sein müsste, dann müsste das die erste Bewegung sein. Das heißt, der Kurs müsste von oben gekommen sein. Ihr seht aber, der Punkt ist höher als das. Das heißt, der Kurs ist von unten. Ich finde Long zwar immer noch besser. Das Problem ist, ich weiß, wenn ich da durchgehe, habe ich eine sehr hohe Chance, dass wir da durchgehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel weiter. Deshalb vielleicht auch ein Tipp aus der Praxis, wenn ihr sowas habt und ihr vielleicht euren initialen Stopp dann irgendwie hier auf die 78er legt. Das ist ja so eine Marke, die ich immer ganz gerne habe. Ich mache mal dieser Retracement hier weg. Das sieht man dann besser. Wir haben ja die blaue Kiste hier gezeichnet. Das heißt, wir hätten diesen initialen Stopp. Ihr seht es schon bis zum Mindestziel. Ist nicht so doll vom CRV. Gut, es ist eine realistische Chance, dass er weiterläuft. Aber da solltet ihr dann auch einigermaßen zeitnah den Stopp hinterherziehen, wenn er hier oben ist. Dass, wenn er dann nochmal runterkommt, ihr nicht mehr groß ins Minus geht. Es ist denkbar, dass der Kurs nämlich erst das macht, danach runter geht. Und dann ist es blöd, wenn man hier ausgestoppt wird, obwohl er das erreicht hat. Wir haben gesagt, er geht auf jeden Fall da drüber, also ziemlich wahrscheinlich da drüber. Auf jeden Fall ist es eine gefährliche Aussage an der Börse, aber gute Chance. Und dann ist es blöd, wenn man hier ausgestoppt wird. Also wenn er das erreicht, sollte der Stopp mindestens in der Nähe, wenn nicht sogar auf Plus Minus Null sein, damit man dann in dieser Gefahr entsprechend nicht mehr ist. Ihr könnt auch gucken, ob ihr das dann vielleicht mit einem Supertrend oder Parabolik alternativ, wenn ihr da nicht wüsst, dann habt ihr hier eben eine Möglichkeit hinterherzuziehen. Letzte Variante, dann entlasse ich euch, könnt ihr selber wieder gucken. Ihr schaut mal in einer anderen Zeitebene, zum Beispiel 15 Minuten Chart, ob wir vielleicht hier schon eine Wendekerze kriegen. Die könnte eine sein, da müssen wir jetzt genau hingucken. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss, denn diese ist in wenigen Sekunden fertig, noch nicht. Noch ist es keine Wendekerze. Es entscheidet sich quasi erst, wenn sie fertig ist. Jetzt entscheidet sich das. Ein möglicher, durchaus aggressiver, aber ein möglicher Entry wäre diese Marke. Jetzt müssen wir noch einen Test zum Schluss machen. Nämlich ist es auch wirklich eine und dafür messen wir mal die Körperlänge, denn die darf nur halb so lang sein wie der Tail auf der Unterseite. Wenn es wirklich eine echte Wendekerze ist, die Oberseite sind ungefähr knapp 5, 4,75 müssten es dann sein. Und die Unterseite ist knapp 9. Es ist nicht ganz passend. Also eine echte Umkehrkerze ist es nach den klassischen Standards nicht, denn da müsste der Tail doppelt so lang sein wie das. Da wir sehr pingelig sind bei solchen Entscheidungen, nehmen wir das nicht als einen Long Entry. Wer sagt, kann auf eigene Faust es natürlich versuchen, hat auf jeden Fall besseres CRV, aber die Trefferquote wird ein bisschen darunter leiden. So, ihr seht jetzt, es ist gar nicht so einfach, sich festzulegen auf nur einen Ansatz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Situationen zu handeln, die alle mehr oder weniger sinnvoll sind. Ich weiß, viele wünschen sich, nee, nee, ich will ja nur die Beste davon handeln. Da sind wir alle auf dem gleichen Dampfer. Nur das wissen wir natürlich alle auch erst im Nachhinein, was die beste spezifische Variante hier ist. Traden ist nicht das Finden der allerbesten Situation in diesem Fall, sondern Traden ist das Finden von sinnvollen Lösungen, die bei einer Mehrzahl von Trades mir im Durchschnitt einen positiven Ertrag bieten, also einen positiven Erwartungswert haben. So, jetzt habe ich euch eine Menge Denkstoff mitgegeben. Schaut selber mal drauf, für welche dieser Varianten ihr euch entscheidet. Ob ihr sagt, das ist mir zu wenig Bestätigung hier, ich finde es grenzwertig, machbar, aber grenzwertig. Für uns ist es definitiv kein Trade unter diesen Bedingungen. Wir brauchen das schon ein bisschen kritischer. Also es muss unser Regelwerk erfüllen. Das ist hier, wenn auch knapp, aber nicht der Fall. Und dementsprechend für uns kein Trade, aber als Orientierung vielleicht nicht ganz uninteressant. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.